Ich mache jetzt extra die Tasche nicht ganz leer, weil ich bin direkt hier unten. Und eine Eisen-Pickaxe wird reichen, bis ich mein... Ja, was... Bis ich... Bis ich was hab? Bis ich genug Level gesammelt hab, um meine neue Pickaxe zu verzaubern. Aber, so lange mach ich erstmal eins. Ich sammel die. Schon mal in den Vorraum da unten. Und der Zaun kommt dann auch weg, wenn die Schafe weg sind. Das war doch eine neue. Hey, ho. Also, ich muss mal eben was gucken wegen der Aufnahme. Alles im grünen Bereich. Jetzt geh ich mal nach unten. Aber ich nehm noch ein bisschen Fleisch mit. Wäre auch schlecht, wenn ich... Ich hab jetzt ungefähr schon anderthalb Stunden am Stück aufgenommen. Komm, gib mir Fleisch. Komm, einen noch für unterwegs. Oh, es gibt den wer so ein. Ist das wildkürlich? Egal. Ist ja egal. Da unten war glaube ich auch noch Redstone, wo ich keine Lust hatte, das abzubauen, weil es früher halt Ewigkeiten gedauert hat. Ewigkeiten. Ja, immer der Blick da rein. Okay, ich war auch zu niedrig. Äh, zu hoch gerade für Diamanten und sowas. Oh, guck mal, sag ich doch. Also war ich vorhin einfach auf ne Scheißhöhe. Will ich dieselbe Stelle nochmal nächstes Mal weiter runtergraben. Ich hab die vergessen, die Fackel zu machen. Die Fackelnsen, da sind sie. Machen wir mal so. Und ich würde sagen, in die Richtung spreng ich jetzt einfach mal. Oh. Toll, ich hab den ganzen Keller mit Redstone voll und geh dann auf ne riesige Erkundungstour. Aber ich wollte ja auch noch andere Sachen finden, nicht nur Redstone. So, jetzt wird hier erstmal weggebombt. Auch wenn ich damit vielleicht mal das ein oder andere kaputt spreng. Aber es ist einfach so nice. So weit weg. Perfekt. Nein! Und, und hier nochmal ne... Mist, die Fackel ist weg. Okay, dann ist das vielleicht doch nicht so. Egal, ob die da schwebt oder nicht. Dann mach ich mal eins. So. Ich glaub, mit dem Feuerzeug würde ich das auch machen. Nein! Jetzt ist sie wieder da reingefallen. Okay, sollte trotzdem gehen. Ich mach jetzt erstmal so weiter. Aufsache ich springe erstmal alles weg, um dann ganz normal wieder hier rein zu graben. Oh, über mir ist Lava. Der in Folge 2 den ganzen Wald vernichtet hat oben. Oder die in Folge 2, die Lava. Komm, Redstone need. Ich weiß, ich hab hier im Moment genug, aber... Aber ich brauch Vorrat. Und je länger ich hier unten rumhampel, desto mehr Monster sind da gleich oben. Oh, ich könnte auch schon wieder zu weit weg sein. Dann spawnen die nicht. Nichts. Hm, na egal. Ich geh einfach mal hier rein. Und wir gucken uns an, was wir hier finden werden. Ich hoffe, was Schönes... Ich finde ja nie was Gutes. Sag ich jetzt nur, damit ich was Gutes finde. Das kennt man doch. Ich hab noch nie Diamanten gefunden. Ich hör mal ein Zombie. Was macht hier ein Zombie? Na bloß, hier ist ja immer ne fette Höhle. Die Richtung ist schon mal gut. Zombie wird lauter. Zombie wird immer lauter. Hm? Was ist denn hier oben? Perfekt. Ist auch sehr geil, dass ich mir gleich im Kopf plumpsen. Oh! Was nennt man auch Gravel? Gravel Hit. Toll! Ne riesige Eisenader. Ja, dann nehm ich die doch mal. Oh, Gold auch. Okay, Gold. Dann hat sich das Ganze doch gelohnt. Schon. Für ein Gold. Super. 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 Ne, doch. Mehr Gold. Super. Da hört man Wasser. Oh, ich geh jetzt einfach mal nach unten wieder und mache den nächsten Gang auf. In der Hoffnung, dass ich mal was finde. Und nein, ich will keine Koordinaten von euch. Nein. Nein, hör mal. Ist das hier? Ja, ist genau hier. Da war so Koordinaten, wo Rohstoffe sind, Diamanten, Rätsel und dergleichen, gucke ich mir nicht an. Oh, geil. Oh, guck mal, hier war wieder so ein Fall. Keine Lust abzubauen. Ich hab genug. Oh, guck mal. Ich meine, das wirkt zwar im ersten Moment viel, aber man muss ja nur ein Kabel bauen mit ein paar Repeatern dazwischen, dann ist das ruckzuck weg. Dann ist viel ganz schnell wieder wenig. Oh, Mist, das ist mein Lavaloch. Was ich noch für oben brauche. Okay, ich lasse es jetzt erstmal gut sein. Ich werde jetzt wieder hochgehen, wieder was Schönes bauen. Hey, als erstes würde ich vorschlagen, man baut das Wasserloch mit einem Hebel. Oh, da ist doch was. Oh, da ist doch was. Ah ja, hier, hier könnte ich noch einmal reinlatschen. Ich glaube aber, den habe ich schon mal abgegrast. Bedrock. Ja, doch, hier sind nur mal Lücken drin. Das war mal hier so ein Weg, wo ich einen Slime-Chunk gesucht habe. Hab dann auch einen gefunden hier, war aber mein Alter. Nachdem ich die Map dann kopiert hatte, war es dann nichts mehr. Oh, wo kam der denn her? Nee, nee, ist auf einmal bei einem Creeper. Hier ist die Spinnenfalle, da sind Spinnenspawner drin. Das war die erste Mobfalle, die ich mal gebaut habe, für die, die es jetzt noch nicht kennen. Das waren dann immer so ein paar Spinnis. Und grepieren dann elendig an den Kakteen. Manchmal geht auch ein bisschen Loot verloren, aber meistens landet das Ganze dann hier. So wie jetzt. Oh, ich dachte, da hat einer geklopft. Und da war mal früher ein Cave. Okay, ich gehe mal wieder runter. Mist, weil mein Kart ist oben. Schalte ich das schon mal um, dann fahre ich direkt hoch. Rennen! Ja, ihr rennt! Hoch mit dir! Nein, das gibt es doch nicht. Da fehlt auf jeden Fall was. Ich bin bestimmt so schwer beladen mit dem ganzen Gold. Geht zwar gar nicht, aber egal. Bäm! Boah, Taschen sind schon wieder voll. Unbelievable. Was ist so her mit dem Eisen? Wird das alles verbirnt? Mist! Schmeiß ich denn mal kurz hier hin? Meine Taschen sind eindeutig zu voll. Ich mache die mal im Leer. Könnte ich zwar auch eben Lava reinstopfen, aber dafür müsste ich wieder nach unten gehen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Das nehme ich mal ein bisschen Kohle, von der vielen, die ich gefunden habe. Von der vielen Kohle. Hö! Halbieren, halbieren. Kohle. Noch mehr Kohle. Sauber, jetzt kann es abbrennen. Boah, leck mich am Arsch. Drei Stacks Eisen. Vier Stacks Eisen. Und ein bisschen hat die noch da drin. In meiner Kiste, aber es ist unbelievable. Fast ein Stack Gold. Und jetzt könnte ich mir mal eben eins. Ein paar Pistons bauen. Wolle ein bisschen Holz. Ein paar Cobblestones. Redstone auf jeden Fall noch. Eisen habe ich. Da genau. Das ist ein Baurezept, was ich mir eigentlich merken kann. Hoffe ich zumindest. Hier Redstone und da Eisen. Klatsch. 16 Stück an der Zahl. Dann machen wir mal neun Stickys raus. Die Sticky Pistons haben ja normalerweise so einen grünen Blob hier oben drauf. Die Textur habe ich aber geändert wegen der Glastür oben. Damit man es halt mit schön aussieht und nicht so einen grünen Rotz da sieht. Oh, eine Treppe. Ach, Mist. So lange hält die Eisen-Pick-Axe. So mal gar nicht lange. Wo ist denn Holz? A Stone. Jetzt mache ich mir mal eben eine zwei Workbenchen. Crafting Tables. Und noch ne Eisen-Pick-Axe. Eisen-Pick-Axe. Spam. Penis. So, der muss mal wieder sein. Schon lange nicht mehr. Bei der Aufnahmelänge war das verdammt wenig. Wenige Penisse. Oh, ich hab'n Schalter vergessen. Nein. Schande über mich. Egal. Hä? Da kommen die beiden Stickys hin. Da müsste ich ja jetzt hergehen. Und... Da... Müsst, ich hab' die Repeater vergessen. Bin vielleicht beim Ofen hinten dran. Und dann...